Ja und bei uns geht es jetzt weiter mit einem richtigen Weihnachtsklassiker. Maria durch den Dornwald ging. Tagebracht im Jahr 2005 von Elisabeth Kuhlmann, begleitet vom Heidenquartett. Untertitelung des ZDF, 2020 Was trug Maria unter ihren Herzen, Kyrile is on. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, Das trug Maria unter ihre Merte, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrile is on. Als das Kind sei durch den Fall getragen, Da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020